Hallo liebe Tagokreisefreunde und herzlich willkommen hier an der Obona Moremi Safari Lodge. Diese wunderschöne, persönlich geführte Lodge ist gelegen mitten im Okavango-Delta, im Quai-Wildschutzgebiet. Das bedeutet, sie sind direkt am Punkt des Geschehens. Hier kann man direkt sogar von den Plattformen aus auf Safari gehen, wenn die Tiere vorbeiziehen. Obona Moremi, das bedeutet so viel wie ich blicke auf den Moremi, ich schaue auf den Moremi, ist wirklich sprichwörtlich für die Lage dieses Camps. Das Quai-Wildschutzgebiet grenzt hier direkt an das Moremi-Wildschutzgebiet, welches ja legendär ist. Das heißt, man kann sich entscheiden, wo man seine Game Drives verbringen möchte. Ja, wir befinden uns hier also am Hauptgebäude der Obona Lodge. Ja, hier haben wir eine von zwei Feuerstellen, bei der Sie abends sitzen können. Hier drüben ist der Lounge-Bereich, bei dem man in den heißeren Mittagsstunden ein bisschen entspannen kann, vor oder nach den Game Drives natürlich. Und bei Galaxy, hallo Galaxy, der hier gerade an der Bar tätig ist, auch den ein oder anderen schönen Drink bestellen. Ja, Silvester ist hier hinten und gerade dabei, hallo Silvester. Hallo Mr. Huffler. Ich bin gerade dabei, den Frühstückstisch vorzubereiten, beziehungsweise das Brunch vorzubereiten. Denn die Gäste, die hier gerade zu Besuch sind, sind gerade auf dem Morgen Game Drive. Ich bin sehr gespannt, gleich zu hören, was so gesehen wurde, welche Fotos gemacht wurden. Und bis dahin wird hier alles noch fleißig vorbereitet. In der Küche ist man natürlich auch zugegangen. Hier sehen wir sehr schöne Liegen im Schatten der Bäume. Der kleine Planschpool, auch im Holzdeck eingelassen, lädt ein zum Verweilen, während der heißen Mittagsstunde. Man kann von der Bar einen Drink mitnehmen, zugucken, wie im Glücksfall auch ein Elefant vorbeizieht. Das ist natürlich was Wunderbares. Und einfach die Geräusche und Klänge um sich herum genießen. Ja, so lässt es sich aushalten hier auf dieser wunderschönen Lodge. Und wo sie übernachten, wenn sie hier sind, das schauen wir uns jetzt einmal an, wenn wir hier rüber gehen. Ja, so lässt es sich an, wenn wir hier rüber gehen. Das ist eine unserer Tents. Tent Nummer 5. I'm looking forward to accommodating you on our Tents, on our lovely Tents. I'm very happy to have you here. Then enjoy the good view on front of your Tents. Then this is our guest book. It's cool with our previous guest that they written the fantastic comments on it. You are welcome to Buonamo Remy. See you soon. I'm going to be here. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020